Willkommen ihr Lieben bei einer weiteren Folge des Play Clash of Lens mit mir dem Thorsten und ja willkommen Rathaus 13 aber bei mir kam das Rathaus 13 heute eher schleppend also deswegen habt ihr auch gesehen Rathaus der 13 für mich war so ein bisschen der schwarze Montag muss ich sagen Waschmaschine kaputt Kabelbrand im Haus ja was was willst du da mehr machen und Arsch voll Arbeit deswegen kommst du halt ein bisschen später hier so ein bisschen später nach Clash of Clans rein also wir haben das Update Rathaus 13 das hat natürlich bei mir auch jetzt kein kein halten und kein Ende ich bin auch echt mal gespannt und vor allen Dingen muss ich hier noch ihr seht ihr die 1 ich muss noch im Klarkrieg angreifen das heißt hier in der Liga angreifen das machen wir auch und wir machen das als Rathaus 13 würde ich sagen ich würde sagen wir machen das als Rathaus 13 also ich gehe jetzt auch gleich in die vollen gehe ich eigentlich schon in die vollen rein alter Falter hier blitzelt das ohne Ende und es gibt ja nette Pakete es gibt nette Pakete und ich kann glaube ich ein Paket ich hatte ich habe heute schon so ein bisschen gespickert ich habe ein bisschen zwischendurch gespickert aber ich konnte echt nichts machen und habe gedacht Lucky 13 es gibt hier ein Paket das ist richtig richtig gut 3,49 3,49 Leute 3,50 Euro das Paket hier Book of Everything und Book of Building das nehmen wir in jedem Fall würde ich sagen als erstes mal mit und kurzer Cut ok ich habe die Special Offer Received ich musste einmal kurz disconnecten und dann wieder reconnecten aber ich habe jetzt glaube ich beide Bücher beziehungsweise ich habe ein Unibuch das Unibuch fehlte mir eh noch und ich habe auch ein zweites Book of Building da ist es jawohl also wir können hier so ein bisschen was machen und ich würde sagen wir fangen ganz klar an ganz ganz klassisch mit dem Rathaus 13 also auch ich bin echt mal spät was willst du machen ist halt so real life geht so ein bisschen vor und die die mich im Discord verfolgen wissen was heute so ein bisschen so geschehen ist also seht es mir nach dass die Folge auch jetzt ein bisschen länger geht aber wir nehmen erstmal unser Rathaus hier jetzt auf den nächsten Level hier Rathaus 13 ist incoming 15 Tage 7 Stunden ich habe hier den Gold Pass und deswegen dauert das nicht ganz so lange also das nehmen wir uns in jedem Fall 2000 Gems hier die gönnen wir uns nicht sondern ich habe jetzt extra das Book of Buildings hier geholt und deswegen sind wir jetzt Rathaus 13 jawohl und haben hier jetzt in jedem Fall das Rathaus auf Stufe 1 das ist jetzt gar nicht mal so schlimm das dauert jetzt die nächsten Stufen auch ein bisschen aber ich glaube es gibt ein paar wichtige wichtigere Sachen hier im Dorf zu machen und vor allen Dingen für den CK ein bisschen zu machen denn wir wollen ja hier zumindest den kleinen Vorteil ausnutzen also dass das Update heute kam ich fand es eigentlich nicht nicht ganz so gut mitten in der Liga hier denn einige haben hier schon mit ihren Rathaus 13er angegriffen haben hier gejammt haben hier Geld reingeworfen und 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 tatsächlich unser Gegner hatte schon 13 mal angegriffen wir haben bis zu dem Zeitpunkt erst vier mal angegriffen oder so und wir führen jetzt schon 31 30 ich bin jetzt der letzte Angreifer hier der jetzt noch ein paar Sterne holen kann aber ich habe mir die Basic gestern schon ausgesucht und habe gedacht die mache ich mit einer ganz ganz bestimmten Truppe werdet ihr gleich sehen aber erstmal wollen wir ein bisschen weiter upgraden hier was ist eigentlich wichtig auf Rathaus 13 was ist eigentlich wichtig ich habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht ohne dass ich jetzt was anderes geguckt habe oder so sondern ich musste so ein bisschen meine eigenen Gedanken hier auch ein bisschen beisammen kriegen und ich glaube es ist es ist ein Labor und es ist es ist eine Truppe denn ich habe ja ganz ganz viele Hämmer die habe ich jetzt für Buildings die habe ich teilweise für für irgendwelche anderen Sachen müssen wir müssen wir mal schauen ihr seht das ja hier auch ich habe hier jetzt nicht gespart an an Hämmern oder was auch immer aber ich glaube das Labor ist eines der wichtigsten Dinge die wir upgraden ein achten halb kostet das an Elixir das können wir in jedem Fall glaube ich machen jetzt muss ich mal gerade überlegen dass das das zwei Hämmer dort wir nehmen das mal hier acht tage zwölf stunden ok dafür habe ich mir jetzt eben den zweiten Hammer gegönnt für 3,50 Euro ich hoffe ihr schreit jetzt nicht der Toto der jampt hier nein er jampt nicht er macht das Ding hier fertig und damit habe ich das Labor schon mal fertig ich muss sagen die Farben gefallen mir schon mal richtig richtig gut die Farben gefallen mir richtig richtig gut endlich steht hier wieder Research also ich kann wieder etwas forschen und das wollen wir auch gleich sicherlich machen wie auch immer und auch die Farbe des Rathauses gefällt mir sehr sehr gut es gibt ja ein paar Sachen die sich auch so ganz klein verändert haben ich glaube es sind die Armeelager die ein bisschen kleiner geworden sind von den Feldern her die Werkstatt zeigt nicht mehr alles was ich gebaut habe ich habe eigentlich schon viel viel mehr gebaut als den Zeppelin hier das könnt ihr hier sehen denn ich habe hier ausgebildet Drachen ein bisschen Kleinkrams und ich habe auch hier eigentlich alle Maschinen hier standen eigentlich immer alle Maschinen scheint noch ein bisschen bisschen buggy zu sein ein bisschen buggy glaube ich am Tag oder über den Tag hinaus war auch die Geschichte dass man hier in der Kriegsbasis seine Sachen teilweise nach außen stellen konnte ich muss mal gerade gucken Warbase warbase so dass keiner mehr angreifen konnte aber das ist auf jeden Fall Geschichte denn wenn ich jetzt das Ding nehme und will sie hinschieben das geht nicht mehr zum Glück zum Glück ist das ganz ganz schnell festgestellt worden aber die anderen Sachen kann man natürlich jetzt wenn man denn Dekoration hat die hier in der Base stehen die kann man jetzt außen hinstellen das finde ich richtig richtig gut muss ich sagen ist eine coole coole Sache aber ich lasse ich kann ich kann ich den noch so verschieben und kann sagen ja dann dann ist er noch an seiner alten Stelle okay dann ist er noch an seiner alten Stelle so ein bisschen hat sich hier oben ja im Profil auch getan denn wenn man sich jetzt ein Profil anschaut dann sieht man hier nicht nur was für ein Rathaus hat er denn eigentlich welche Truppen hat er eigentlich ich bin überrascht wie viele Truppen doch noch Max geblieben sind hier sondern wenn man auf das i klickt sieht man auch die Base wieder das finde ich echt echt nice das hat man vorher auch schon so ein bisschen gesehen ich meine die Base die ich jetzt habe ist nicht aussagekräftig aber egal wir wollen ja ein bisschen weiter machen hier Richtung Clan Krieg und deswegen habe ich erst mal ein bisschen dunkles wir haben hier eine 1 im Shop okay die anderen Pakete weiß ich noch nicht vielleicht gönne ich mir dann noch das eine oder andere kann ich noch nicht genau sagen wir haben aber erst mal eben so ein bisschen einen neuen Held und wir haben auch ein bisschen Defense jawohl die kann ich mir gerade mal nicht leisten na super aber die Fallen kann ich mir also die Fallen kann kann ich mir schon mal leisten eine Bombe krass Dankeschön eine Bombe yes und eine Luftmine hier eine Seeking Air Mine also eine suchende Luftmine wo will er die hin platzieren hier da hinten passt sie auch ganz gut hin die beiden Sachen haben wir schon mal rausgebracht ich habe jetzt nicht genug Gold aber ich glaube ich habe genug dunkles um den nächsten Helden hier raus zu bringen aus dem Shop 102.000 dunkles und der Royal Champion soll mir gehören wo will er den platzieren da in der Mitte da ist er haben wir also auch im Sack ich lasse den erstmal auf Level 1 ich glaube es gibt eine andere Truppe die muss ein bisschen weiter gelevelt werden und oder aber wir hauen ihn hier auf 2 nehmen mal das volle Lager was kostet eine Queen hier was kostet eine Queen hier 225.000 die gehen hier in jedem Fall rein ich würde sagen machen wir mal nicht vielleicht machen wir eine dunkle Truppe mit dem restlichen dunklen oder 138.000 mal sehen was hier so 100.000 kostet Schweinreiter 224 100.000 kostet mal gar nichts okay 100.000 kostet ja mal eben gar nichts und dann nehmen wir doch glaube ich mal unsere neue Champion hier einmal in die Pflicht rein aber das kostet auch ein Buch aber es ist glaube ich auch nicht ganz so teuer dauerte nämlich nur 20 Stunden wir nehmen die 105.000 hier mal und Zack wir gemmen die mal fertig denn ich habe genug Gems angesammelt hier um auch so ein bisschen mal für euch zu machen hier seit Rathaus Level 12 sammle ich hier die Gems und ich hatte jetzt über 21.000 also können wir ich glaube wir können ruhig mal ein bisschen raushauen dann machen wir uns das Ding hier auch voll den den beziehungsweise das dunkle einmal denn ich habe eine dunkle Rune die usen wir einmal jawohl 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 und damit glaube ich kann ich kann ich einmal meine Bogenschütze machen ich glaube ich mache einmal meine Bogenschütze denn die hat es in jedem Fall verdient einmal gelevelt zu werden mit einem Heldenbuch würde ich sagen das machen wir mal mit einem Heldenbuch und dann nehmen wir die aber gleich nochmal in die Pflicht denn ich habe ein ein Hammer und das soll in jedem Fall für die Queen sein ja ich habe ein Hammer soll in jedem Fall glaube ich mal für die Queen sein ich kann mir jetzt endlich mal den Hammer der Heroes hier nachholen das ist cool und ja weil wir den Hammer schon haben nehmen wir die mal auf ein Level mehr also schon mal Archer Queen Level 68 okay das ist in Ordnung ich habe jetzt die neue Truppe ich habe meine Queen schon relativ hoch ja 68 die neue Truppe ist jetzt noch nicht ganz so hoch ich glaube der King kann erstmal warten der Worden muss ich mal gucken ich glaube Queen und Worden sind die sind echt wichtig geworden sind echt wichtig geworden und damit ich jetzt gleich auch meinen Klankriegsangriff machen kann hauen wir uns hier auch mit dem Truppenhammer eine einzige Truppe hoch denn das ist hier der Drache ich glaube es ist der Drache denn der bekommt nochmal 300 Hitpoints mehr und macht nochmal ein bisschen mehr Schaden und ich glaube bei den anderen also heute ich habe ja schon gesagt es ist ein bisschen unfair mitten in der Liga hier das Update zu bringen deswegen glaube ich die Luftabwehren sind noch nicht so hoch die Infernotöme sind nicht hoch der Adler ist nicht hoch wir nehmen die Drachen hier in jedem Fall mit einem Hammer mal mit ja wir nehmen die mal mit einem Hammer mit dann haben wir die schon mal auf Max Level und ich habe sie auch ihr seht es auch ich habe sie auch ausgebildet also auch dort soll es ein bisschen weiter gehen ich muss jetzt wirklich mal schauen dass ich so ein bisschen auch ganz nett ganz nett etwas ausgebe hier 18 Tage ne 15 Tage eigentlich nur eigentlich sogar 18 Tage dauert der Adler hier den würde ich glaube ich dann für die nächste Defense mir auch auf ein Level mehr ballern ja ich glaube das ist ganz ganz ich glaube das ist schon sehr sehr wichtig und den Hammer holen wir uns hier auch nach dafür haben wir das alles gespart hier Hammer of Fighting haben wir nochmal okay und ein Hammer hier also dafür habe ich diese Dinger hier aufgespart so ist das nun mal und ich glaube die Clanburg die Clanburg ist auch sehr sehr wichtig oder 45 Truppen Leute die ballern wir uns hoch mit einem Upgrade Hammer auch 18 Tage zack und dann kann ich das Ding nämlich auch jetzt anfordern denn ich will ja noch einen Klankriegsangriff machen mal sehen ob hier jetzt wirklich 45 reingehen jawohl 45 gehen rein man kann jetzt auch ein bisschen mehr spenden als dass ich hier rein nehme als dass ich hier drin habe denn wenn ihr mal in auch in eure Clan Perks schaut also in eure Statistiken was kriege ich eigentlich hier mehr es gibt es schon ab Rathaus Level 4 mittlerweile 7 Spendentruppen und dann ist das hier unten Rathaus Level 8 glaube ich Rathaus Level 8 Clan Level 8 kann man 9 Truppen spenden so dass man auch komplett einmal eine neue Clanburg befüllen kann finde ich sehr sehr gut ich glaube wir sind eigentlich ready oder wir sind eigentlich ready wir haben hier nette Spiele und ich bin jetzt ja ich bin jetzt Rathaus 13 die die oder die Dezember Update Patch Notes hier die sind unheimlich lang zieht euch das rein es ist unheimlich interessant und eigentlich konnte ich heute nicht abwarten ihr wisst genau es kribbelt einen in dem Finger aber du kannst nicht du willst nicht du hast keine Zeit und deswegen habe ich mir die Zeit heute hart mal genommen so ein bisschen länger was für euch zu machen wir hauen natürlich auch noch eine Defense gleich raus für unser neues Dorf aber erst mal 30 Minuten habe ich hier noch Zeit mal sehen ob ich jetzt meine Clanburg befüllt habe jawohl 9 9 9 Lungenzeteren die Max Drachen hier ich freue mich so der neue Held und ich nehme mir jetzt gleich einen Heldentrank ich nehme Heldentrank so dass wir den neuen Helden in jedem Fall auf Level 5 sehen die anderen Helden auf 5 Level mehr der Worten geht ja auf Level 50 also da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben aber mal schauen ihr seht ich habe immer noch 5 von 5 Bauarbeiten frei zur Not hole ich den Bob auch noch rüber das schaffe ich gar nicht alles weil ich gar nicht genug hier drin habe ich habe hier noch so ein bisschen so ein bisschen von hier und ich habe noch ein bisschen ich habe natürlich noch ein 2 Runen glaube ich eine eine Gold Runen alle eine Elixier Runen also ein bisschen was sinnvolles können wir in jedem Fall machen und ich habe ja jetzt noch die Hämmer hier nachgeholt an die habe ich gar nicht nachgeholt doch habe ich nachgeholt und schon verbraucht aber zwei Stück haben wir noch die nehmen wir auch noch ich weiß nur noch nicht genau wo ein Büchlein bekommen wie eine Runen auf Bilder geholt ei 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 1500 die könnte man sich gönnen aber erstmal hier das dunkle gegönnt meine Karre war auch echt lange voll und ich würde sagen ich springe jetzt mal erstmal bevor wir überhaupt weitermachen auf mein Tablet dann machen wir den Live Angriff hier und dann machen wir hier weiter ich freue mich ich freue mich ich muss wirklich sagen ich bin also meine Vorfreude war schon sehr sehr groß meine Freude ist jetzt sehr sehr groß dazwischen gab es ein kleines Tief ist aber glaube ich nicht so schlimm und ich bin echt mal gespannt wie sich jetzt gleich meine neuen Helden schlagen meine neuen Drachen schlagen und wie wir dann auch ein bisschen weitermachen also seid gespannt kurzer Cut Live Angriff Okay Freunde ich habe alles beisammen und der Clan sagt schon ja der Toto macht wieder alles zum Schluss hier damit er das für YouTube festhalten kann ja natürlich aber ich werde auch in den nächsten Videos so ein bisschen was noch aus dieser Truppe hier zeigen denn wir haben noch 1 CK hier vor uns also die Liga hier ist noch nicht ganz zu Ende und ich habe noch 6 Minuten für meinen Angriff auf die 5 Ich habe jetzt meine neue Truppe am Start nee nicht meine neue Truppe meinen neuen Helden am Start ich habe meine Drachen am Start und ich gucke mal ob wir hier nicht so ein bisschen was reißen können Ich will aber vorab das mache ich eigentlich immer ganz gerne vorab einen Heldentrank nutzen denn damit sind meine Helden meine Queen ist auf 70 mein King ist auf 70 der Warden auf 45 okay den können wir aber nochmal umstellen der muss nämlich auf Luft und der muss auf Luft und auch die die neue Heldin hier oder den neuen Helden Royal Champion ist auf 7 das heißt wir haben hier die Fähigkeit ich habe noch keine Ahnung wie die Fähigkeit hier funktioniert aber Leute wir gehen einfach mal rein machen hier jetzt einen Live Angriff auf die Nummer 5 die hatte ich mir markiert ich habe noch 5 Minuten Zeit also wir gucken nochmal in die Base rein ich habe eigentlich vor tatsächlich nur mit meinen Helden hier das Rathaus irgendwie zu kriegen ich habe ein paar Mauerbrecher dabei das ist nicht schlecht ich habe einen Ice Golem dabei ich habe einen Freeze dabei wir gehen mal rein wie das ganze so funktioniert ich weiß es echt noch nicht Leute aber ich bin zuversichtlich dass wir irgendwas reißen wenigstens 2 Sterne die müssen hier rein und ich habe auch alles voll also es ist alles grün ihr seht das hier Helden sind dabei die werden jetzt noch auf 2 angezeigt aber wenn ich jetzt auf angreifen gehe dann geht das hier los und ihr seht jetzt habe ich das auf 7 mein Worden ist nach oben wunderbar und dann gehen wir hier mal rein ich würde sagen Funnel 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 das ist eine gute Frage wo war eigentlich Funnel das weiß ich noch gar nicht so genau aber ich glaube wir nehmen erstmal hier hinten mit unserem King das Ding mit hier beziehungsweise diese vielen Teile hier nehmen hier einen rein nehmen den hier rein und nehmen unsere neue Champions Tussi hier rein gucken wir mal dass wir hier jetzt irgendetwas friesen oh ja 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 da war gerade eine Riesenbombe Leute da war schon mal eine Riesenbombe ok aber meine Queen ist da noch in der Mitte und das ist der Grund warum wir die Queen hier in jedem Fall leveln und warum wir hier auch alter meine Herren meine Queen ist immer noch dabei ok ich habe auch kein Gift dabei das ist natürlich dusselig gegen die hier mal gucken ja 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 ok das war jetzt ein bisschen dusselig denn die ganzen kleinen Skelette hier sind hier jetzt rausgekommen ist aber nicht so schlimm die machen wir in jedem Fall weg lasst mich mal überlegen wie mit einem Drachen und mit einem Babydrachen und mit ein paar von ihnen hier denke ich mal müsste das eigentlich gelingen und ähm wir nehmen einen noch davon und nehmen jetzt ein paar Lohns hier und schau mal da hat er uns ein bisschen erwischt hier am Rathaus gar keine Frage und äh jetzt nehmen wir die aber hier aufs Korn das ist so sicher wie das Arm in der Kirche und ähm ja da geht ja noch so ein bisschen was am Rathaus die haben ganz schön zu tun hier aber ist nicht so schlimm haben wir in jedem Fall gepackt und ähm dann nehmen wir die hier nochmal so ein bisschen in Wut rein wir brauchen zwei Sternies wir brauchen zwei Sterne 37% erst hier sind jetzt die Lohns in jedem Fall die Max Lohns sind hier jetzt erst mal los und ähm dann nehmen wir nochmal hier unsere Drachen ähm also hat nicht ganz so funktioniert wie ich mir vorgestellt habe aber ich glaube die zwei Sternies hier sind trotzdem nein sie sind nicht drin ich hole hier nur einen Stern Leute ich hole hier nur einen Stern verdammte Eierachs wofür habe ich das eigentlich alles gemacht hier ähm 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 äh äh ähm ähm äh ähm ähm äh ähm äh ähm 32 30 okay wuh muh jo 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 leider leider habe ich die Skelett Skelettarmee nicht gesehen ähm oha naja das kann man besser machen in der Tat ähm Aber 32,30. Mal gucken, wie weit wir hier vor sind. 2,27 jetzt für uns. 2,37 gleich für uns. Denn wir haben gegen Game On jetzt die Runde gewonnen. Und Detroit hat gewonnen gegen The Other Side. Das heißt also, die tauschen wieder ihre Plätze. Es bleibt hier spannend. Vielleicht auch ganz cool so. Ach, alter Falter. Naja, egal. Was willst du machen? Die hängen mich hier jetzt gerade. So viel Video gemacht. Ja, mag sein. Mag sein. Zu viel Stress. Ich glaube, ich habe zu viel Stress gemacht hier. Ich habe zu viel Stress gemacht. Aber es soll nicht sollen sein. Und ich werde auf jeden Fall so ein bisschen noch was festhalten hier. Aber ich werde jetzt erstmal so ein bisschen mit meinen anderen Truppen fahren. Beziehungsweise noch so ein bisschen was hier ausbauen in der Base. Ich hoffe, der Fail hier hat euch trotzdem gefallen. Erste Rathos 13 Fail hier. Bei den deutschen Clash of Clansern, oder? Ist aber glaube ich... Also ich finde es jetzt nicht ganz so schlimm. Ich habe jetzt so einen Heldentrank vernutzt. Aber ich glaube, es gibt hier ja für meine Lieblinge weitere Heldentranke. Ah ne, für den Eismagier gibt es. Okay, der Eismagier ist ja wieder im Spiel. Und ich werde jetzt erstmal die anderen Sachen so ein bisschen festhalten. Ich war jetzt ultra, ultra spät. Das Video wird ultra, ultra lang. Ich hoffe, das hat euch echt nicht gestört. Ich mache hier jetzt mal ganz, ganz piano weiter. Wie ich dann so weitergemacht habe, das werde ich in den nächsten Folgen sehen, denke ich mal. Oder eben Livestream am Mittwoch. Eher geht es leider nicht. So, ich kann da nichts dran machen. Ich hätte heute auch gerne live gestreamt, aber es geht einfach nicht. Ich werde euch das dann am Mittwoch ganz, ganz in Ruhe erklären, wenn wir wieder ein bisschen abgechillt sind. Also bis dahin, danke fürs Zuschauen. Euer Toto. Geht.